Und da sind wir wieder bei Super Mario World. Ich muss mal gerade meine Fails, äh, ähm, reinwaschen. Ich glaub, ich lag einfach an meiner Laune. Oder hätte ich gar nicht mehr konnte. Okay, jetzt hab ich nicht richtig gedrückt. Komm da rein. Scheiße. Da war ich schon mal drin. Kann ich mich da mehr dran erinnern? Ich spring da die ganze Zeit daneben, ey. Ist jetzt aber auch egal. Da erstmal warten, bis der geschossen hat. Okay, das könnte schwieriger werden. Die Stelle hasse ich ja. Yoshi! Diesmal nicht versuchen, den zu kriegen. Einfach weiter. Scheißegal jetzt. Ich will hier weg. Was ist das denn? Ist klar! Hallo, ich war am Ende. Und ich versuche auch gar nicht erst, die, äh, gut was mit dem... ...roten Capes zu kriegen. Ich sterb doch eh wieder. Ich könnte zwar voll den, äh... ...cheater-Dingens hier machen. Aber dann passiert mir das. Das kann man auch hier tun. Shit. Aber mal gucken. Ich bin echt gut geborgen. Okay, hab ich... ...verpatzt. Jetzt einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Warum? Ich will nicht mit dem ganzen Let's Play hier an dem einen Level rum sitzen. Ist klar. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist klar. Ich muss mal da rein. Das. 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 Und das. Hier war... ...ne. Und hier war... Oh shit. Hä? Eben war das anders. Oh shit. Den baue ich denn wo ein? Verliere ich wahrscheinlich eh. Kann ich damit auch die wegnehmen? Ja. Ist klar. Sonst noch was? Und warum muss er denn mal stehen bleiben, wenn der Yoshi kommt? Ey, du willst mich doch verarschen. Ähm. Wieso konnte er noch schießen, obwohl er schon weg war? Du willst mich verarschen. Ich will mal was anderes zeigen können als das hier. Boah. Boah. Vielleicht werde ich ja aggro. Boah. 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 Ist klar. Boah. 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 Das kann doch nicht sein, dass ich immer nur die falschen kriege. Boah. 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 mir jetzt sowas von scheiß egal geht doch ich weiß nicht ob dort noch von level reicht lava lava ok kein lava scrolling ist ja noch schlimmer ok mit dem teil bin ich op komm lass mich durch komm lass mich durch kann man da rein warum nerven die so ok ich hab verkackt da komme ich niemals hoch so bescheuert ok ich beende den part hier wir sehen uns in der nächsten folge euer mega der ost so 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 so